Bugatti Dynamic Move Black Was richtig gutes aus der Drogerie Oh je, Botte So, schauen wir mal, was Black kann Das hat was, das ist interessant Hier geht viel ab, was haben wir hier offiziell drinnen? Feigenblatt, Litchi, schwarzer Pfeffer, Ingwer, Lavendel, Tonkabohne, Amber, Kaschmirholz und Moschus Hier passiert viel, hier geht viel ab Gibt mir aber so ein bisschen Jean-Paul Gaultier und Boss-Vibes Also falls du auf dem Trip bist, falls du alle Boss-Düfte magst, was du Jean-Paul Gaultier magst Ich habe das Gefühl, dass es irgendeine Fusion aus Boss-Bottelt und Jean-Paul Gaultier-Lemal Doch der ist schön, der ist nett, der hat was Das ist ein Duft, das ist ein günstiger Duft aus der Drogerie oder vom DM oder wie auch immer Den man tragen kann, würde ich empfehlen, finde ich nice Hm, nicht schlecht Geht Vielen Dank.